Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VTLN Video. Tag 6 neigt sich jetzt einem Ende zu. Wir haben jetzt hier schon spät. Bei euch ist gerade erst mittags oder nachmittags. Und ich habe mir gedacht, ich muss noch ein bisschen was schnibbeln und filmen und brauche noch was zum wachbleiben. Und nachdem wir letztens das M3 Monster Konzentrat hatten, habe ich jetzt noch den ganz normalen Monster Energy Drink Dosen Teil Dingsbums gefunden. 355 Milliliter, das ist noch nicht alles, was ich auf der Rückseite lesen kann, sondern auch die Angaben für 100 Milliliter. 100 Milliliter japanischer Monster Energy Drink haben 50 Kilokalorien. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als bei uns. Was auch noch mehr als bei uns ist, ist der Koffeingehalt auf 100 Milliliter und zwar 40 Milligramm. Zum Vergleich, bei uns sind ja nur 32 erlaubt. Mir geht es jetzt natürlich um die Frage, wie ist der Geschmack, weil das Konzentrat ja doch nochmal was anderes ist. Also, Dose sieht aus wie bei uns, wobei hier oben die Öffnung, das ist eindeutig ein helleres Grün als das, was unsere Monster Energy Drink Dosen bieten. Boah, okay, boah, der richtig quietschsüße, noch Gummibärchen, saftigere Geruch von Monster macht sich breit. Und das riecht jetzt definitiv aber wie bei uns. Prost! Erster Eindruck ist jetzt, es schmeckt auch wie bei uns, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Doch, es ist zu 99 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, dieses richtig quietschsüße Monster Energy Drink Eigensaftgeschmack, wie wir das auch bei uns kennen. Doch, vielleicht so wirklich so mini-minimal schmeckt es ein bisschen nicht so quietschsüß. Nach hinten raus wird der, glaube ich, ein bisschen schwächer als bei uns. Schade, dass ich sowas vorher nicht weiß und dann zum Beispiel mal eine deutsche Dose zum Vergleich hätte mit nach Tokio schleppen können. Ja, ich bleib dabei. 99 Prozent schmeckt es wie bei uns, aber so ein bisschen, klein bisschen schmeckt er doch ein bisschen anders. Das ist jetzt hart in Worte zu fassen. Ich würde einfach sagen, der schmeckt wirklich nach hinten raus ein bisschen abgeschwächter. Es ist halt nicht so ganz intensiv. Am Anfang der quietschsüße genauso wie bei uns, aber nach hinten raus ist es doch ein bisschen was anderes. So, das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!